Hallo. Guten Tag. Ich habe dich nicht so lange gesehen. Wie geht's? Mir geht's gut. Und du? Sehr gut. Arbeitest du noch ins Kino? Ja, jetzt habe ich dort seit vier Jahren gearbeitet. Arbeitest du gern da? Ja, viel. Es ist ein guter Beruf. Letzten Januar bin ich ein Geschäftsführer geworden. Ich hatte viele neue schwierige Aufgaben, aber jetzt kann ich neue Geschäftsführer trainieren. Ich verdiene auch mehr Geld. Das ist sehr gut. Wie oft arbeitest du? Ich arbeite gewöhnlich fünfmal pro Woche. Ich bin ein Vollzeitarbeitnehmer. Also ich brauche 36 Stunden pro Woche Arbeiten. Das ist nicht so schlecht. Hast du Urlaubzeit? Ja, ich habe zwei Wochen Urlaubzeit. Im Sommer will ich nach der Ostküste reisen. Warum? Um meine Freunde zu sehen. Sie heißen Willow und Kofi. Ich habe sie noch nicht persönlich gesehen, aber ich möchte. Sie sind meine besten Freunde. Ich denke sie viel oft an. Wie kennst du sie? Ich habe sie im Internet getroffen. Kennst du die Webseite Tumblr? Ja, ich kenne. Das ist sehr gut. Wie reist du nach der Ostküste? Ich möchte in einem Flugzeug fliegen, aber ich kann mein Auto fahren. Flugtickets sind sehr teuer, aber Gas kostet auch viel. Ja, wo bliebst du? Ein Hotel ist nett, aber zu teuer. Ich bleibe bei Willow und Kofi. Sie wohnen in einer Wohnung zusammen. Ah, das ist gut und billig. Ich bin im Hotel gebleiben und ich mag es. Sieme Servest ist teuer, aber das Essen ist sehr lecker. Ja, meine Freunde und ich kochen gern. Wann besuche ich? Wir wohnen zusammen kochen. Das ist sehr Spaß. Ich habe seit drei Jahren gearbeitet. Ich habe im Park und in einer Versicherung gearbeitet. Ich bin zwei Jahre bei TCC und mochte auf der ganzen Welt reisen. Ich habe nach Europa gefahren und habe viele schon Gebäude gesehen. Ich liebe Europa und mochte in Hamburg leben, wenn ich 21 Jahre alt bin. Für meinen 20. Ersten Geburtstag mochte ich nach New York gehen, um ein breites Spiel zu sehen. Ich mochte Arzt und arbeite in Afrika sehen. Jetzt lebe ich mit meinen Eltern und Geschwistern. Ich habe kleine Social Media, aber ich mag Tumblr. Ich habe viele Deutsch Freunde auf Tumblr und spreche oft mit ihnen auf Deutsch. Ich liebe Geschwister und Geschwistern, aber ich mag auch die Wissenschaft will. Mein Lieblingsessen ist Artichoken und mein Lieblingsgetränk ist Wasser. Ich koche gern und backe. Kochst du oft? Nein, nicht oft. Ich koche gern, aber nur einmal, zweimal pro Woche. Meine Mutter kocht oft oder gehe ich ins Restaurant oder bestelle Pizza. Das ist nicht schlecht. Wir reden über Essen und jetzt habe ich Hunger. Merach, willst du mit mir Mittagsessen haben? Ja, bitte. Danke. Gehen wir. Nee, kein Glück. Vielen Dank.